Hallo und willkommen zurück bei Spongebob Schwankopf Schlacht im Bikini Bottom. Wir machen jetzt die Sockenjagd. Ja! Das heißt, die letzten... keine Ahnung, wie viele Socken werden gesucht. Und wir fangen natürlich erstmal in Bikini Bottom an. Da habe ich 6 von 8 und mir fehlt noch... 1 Pfannwände sogar. Im Abfalleimer. Okay. Spannend. Im Abfalleimer? Wo habe ich da eine Socke vergessen? Ähm, Pfannwänder. Wo habe ich da einen vergessen? Ähm... Oh, da oben! Okay. Nicht wieder hoch. Okay. Und jetzt? Ahahaha! Da ist der! Okay. Gut, da haben wir noch einen Pfannwänder. Cool. Aber eigentlich fehlen mir noch zwei Socken hier. Und ich muss mal gucken. Ich habe einen Guide hier auf meinem Handy gerade drauf. Ich kann mal drauf gucken. Weil ich weiß, welche mir fehlen. Okay. Okay, wir haben... Ähm... Die in der Bibliothek haben wir. Das weiß ich. Die haben wir geholt. So, ich reise mal kurz zurück. Das heißt, ich brauche meinen Ball. Okay, die erste, die ich nachgucken möchte, ist in dem Altersheim. Hier, glaube ich. Warte. Da. Genau. Da soll anscheinend eine mir fehlen vielleicht. Mal gucken. Und zwar muss ich dafür... Nee, Fernseher habe ich gemacht, glaube ich. Das ist mit dem Fernseher, habe ich, glaube ich, gemacht. Ja, die habe ich gemacht. Gut. Die habe ich auch gemacht. Ähm... In der Bibliothek. Die habe ich, glaube ich, gemacht. Weiß... Thaddeus habe ich auch alle zerstört. Ähm... Ich kann mal nachgucken, ob ich die gemacht habe. Sicher, sicher. So, ich bin mir sicher, die... Ich bin mir sehr sicher, die habe ich gemacht. So. Thaddeus habe ich auch gemacht. Das weiß ich. Genau. Äh... Mit... Patrick habe ich auch schon. In seinem Haus war ich auch schon. Da habe ich die... Das Sofa zerstört. Genau. Hm. In der Krossen Krabbe. In der Krossen Krabbe im Hauptraum. Soll eine sein. Okay. Okay, spannend. Dann gucken wir mal hier. Oh, hey. Sie ist ja besucht. Cool. Hier soll eine sein? Wo denn? Okay, ich soll anscheinend alles zerstören, was die Krossen Krabbe hat. Okay. Etwas, worauf ich nie gekommen wäre. Deswegen gut, dass ich diesen Guide habe. Und, ähm... Sorry, falls Leute gehofft haben, dass ich sie so richtig suchen werde. Ich werde sie trotzdem suchen, weil ich weiß dennoch nicht alles, wie schon gesagt. Das heißt, ich muss trotzdem was suchen. Aber... Naja. Ich möchte auch keine 18 Parts mehr verschwenden, nur Socken zu suchen. Deswegen... Habe ich mir gedacht, das ist okay. Ihr seht ja trotzdem, wo wir sind. Und, äh... Mir ist ein bisschen... Frust... Frust entlassen worden dadurch. Was uns allen einen kleinen Vorteil bringt. So, alles zerstören muss ich. Habe ich? Der Anker? Nee. Muss ich auch so stehen? Die... Sehen die auch halt zerstören, diese Tickies? Der ist wieder da. Geh weg. Du bist gruselig, die mag ich nicht. Okay, was gehört noch zerstört? Ach klar, du bist noch da. Ich muss die auch noch zerstören. Und dich da auch noch wahrscheinlich dann. Mal gucken, was funktioniert. Ah! Da haben wir noch eine. Sehr gut. Dann haben wir schon mal eine weniger. Das heißt, uns fehlen noch... Hallo? Oh Gott. Der unsichtbare Balken. So. Dann fehlen uns nur noch sieben in der Kossenkrabbe. Okay, und eine soll ein Schandierten sein. Bei dem... Bei dem hier. So ein Angreifender bewegt er sich nämlich. Oh, wow. Wirklich? Das habe ich nie gemacht. Ich treffe das uns mal alles an. Okay, spannend. Oh, da haben wir es geschafft. So. Dann gehen wir mal zu den Quallenfeldern. Dann da fehlen uns... Fünf! Das Ding hatte vierzehn. Okay, wo eine oder so sind, weiß ich. Das weiß ich genau. Eine muss mich da hinten sein. Da hätten es nicht diese Zugbrücke, wo ich die... Wo ich hier... Bodengspiel musste. Das genau da hinten. Das konnte ich nicht machen, weil ich noch keinen Boden hatte zur Zeit. Ich werde es gar nicht tun. Ich denke mal, ich muss alle abräumen. Ja, da haben wir die eine. So, was haben wir noch? Die im Eis haben wir geholt. Das weiß ich noch. Genau. Die auf der Insel haben wir auch geholt. Da noch... Ja, habe ich auch gemacht. Habe ich gar gemacht. Sechs... Next to... Jellyfish Rock. Da war ich auch schon drauf. Oh, okay, da... Mal gucken, ob ich das noch nicht gemacht habe. Ich muss anscheinend hier nochmal was machen, aber ich muss einen anderen Weg dafür nehmen. Kann ich aber wieder zurückgehen. Ich meine, ist das kürzer? Weiß ich gar nicht. Morgen gibt es keinen Mittelweg. Jetzt muss ich hier durch die Gegend laufen. Oh, nein. Das wären einige Parts, wo ich nur laufe. Kann auch sein, dass ich das einfach einen langen Part mache. Vielleicht. Mal gucken. Muss halt sehen, wie lange es dauert. Wenn nicht, dann... Nicht überrascht sein, wenn zwischendurch mal... Ein... Outro erscheint, das nicht angesagt ist. Ich habe einfach dann angefangen... Das wieder zu kappen. So, ich soll anscheinend jetzt hier drauf und dann... Oh, da oben. Ja, genau, die habe ich auch schon gesehen. Und ich wusste nicht, wie ich denn komme. Und anscheinend soll ich da so hinkommen. Oh, wow. Oh, wow. Das ist so einfach eigentlich. Ich wusste, dass deins ist. Nur die Art und Weise, wie ich hinkomme, war mir bekannt. Jetzt weiß ich es. So, das heißt, ich bin jetzt bei 11. Mir fehlen noch drei also. Ja. Mal gucken. So, dann gehen wir jetzt weiter zu den... Gut, Frage, was kann man sehen? Jetzt ist es... Aha, ich habe vielleicht... Feuer, Eis, Bett und solche. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich war. Das Gute ist, ich kann währenddessen Geld sammeln. Und das brauche ich bestimmt noch. Denn ich muss von Mr. Krabs auch noch ein paar Sachen kaufen. Und der ist nicht unbedingt der billigste von allen. So, die Rutsche. Okay, mal gucken. Hier sind es verschiedene. Hier gibt es zwei. Obwohl ich sicher bin, dass ich das weiß gemacht habe. Das eine soll anscheinend... Genau, hier gewesen sein. Das habe ich schon gemacht, sobald ich weiß. Mhm. Das kommen bekannt vor. Und hier da oben, genau. Da war ich auch schon, okay. Dann in die Höhle. Ab in den nächsten Schuhkarton. Oh ja. Oh, das ist der Falsche. Muss ich jetzt echt da hinlaufen ganz? Oh nein. Kann ich einfach so sagen, wo ich hinfahren möchte. Ach, okay. Immerhin kriege ich mir eine Chance, nochmal alle Level anzugucken. Ist ganz schön. Ist ein schöner kleiner Recap irgendwie. So, in der Höhle, wo denn? Mhm. Oh, Entschuldigung. Sorry. Okay. Anscheinend müssen wir gleich gucken, da wo wir Melonen oder Wurffrüchte so gesehen, wo wir sie nach oben stapeln müssen. Da müssen wir uns umdrehen. Denn da fliegt er anscheinend irgendwo. Okay. Dann gucken wir mal danach. Hey. Bam. Dann gucken wir mal danach, würde ich sagen. In die Höhle rein. Ja, bitte. Ja, nee. Das ist mir nicht wichtig. Da kann ich gerne vorbeilaufen. Hier? Nee. Oh, Entschuldigung. Ich bin gegen das Mikrofon gekommen, weil ich was bewegen wollte kurz. Ich hoffe, ihr habt euch nicht so erschreckt. Denn das war nicht meine Intention. Vertraut mir. Das muss ich warten, ey. Ah. Ich will nicht warten. Ich will jetzt. Aua. Das war... Nicht so clever. Das war auch dumm von mir, aber ich will nicht warten. So. Okay. Hier kommen wieder solche Dinger. Da. Aha. Da oben in Ecke. Okay. Um fährt zu sein. Wer guckt denn in die Ecke? Ich muss wieder hoch. Nein. Ich will hoch. Okay. Jetzt muss ich hier. Zwei auf den Decken. Oh. Warte. Oder soll ich das so rum machen? Das kann doch auch sein. Ach, so rum war es geplant. Okay. So. Und jetzt muss ich... Oh. Ich hätte die Kissen nutzen können. Sehe ich gerade. Ach. Ach. Die ist viel Rutsche. Ne. Zurück. Zurück. Okay. Das waren anständlich... Ne. Noch nicht da. Nach der Rutsche. Okay. Dann kann ich mal runterspringen. Ja. Das habe ich geschafft. Das habe ich schon gemacht. Genau. Die habe ich schon gesammelt auf dem Fluss. Die habe ich schon geholt. Dann geht es jetzt nach oben. Ja, doch. Das weiß ich noch. Das war ein sehr... Sehr... Großer Kampf damit. Jetzt bin ich hier. Oh, das ist etwas länger aus. Mal gucken, kurz lesen. Mal gucken, kurz lesen. Warum... Das Geräusch gerade. Okay. Wie viel mehr noch? Zwei. Ach, klar. Stimmt ja. Da klingelt was. Da war hier das... Brauche ich auch Spongebob für. Ich brauche nämlich seine Bubble-Fähigkeit. Denn da oben ist irgendwo eine Plattform, wo ich drauf gehen muss. Wo ich die Fähigkeit verbrauche. Das weiß ich auch noch. So. Bisschen schade, dass man mit Sandy und Patrick nie was Neues kriegt. Aber naja. Ich weiß nicht genau, wann das anfängt. Das weiß man ja nicht mehr. Irgendwo ist es. Ich weiß ungefähr, wo, glaube ich. Rede ich mir ein. Rede ich mir gerade ein. Ach, hier, glaube ich. Da oben, oder? Ja, da oben ist es. Genau. Genau. Hier muss ich jetzt drauf drücken. Und hier muss ich es halt töten, oder wie? Kann ich nicht auch tot holen? Äh, ein paar von den kann ich tot holen. Nicht alle, aber ein paar. Okay, nicht viel, aber... Nee, hier muss ich totbumsen mit den... Mit den Raketen, okay. Und nach unten nochmal. Ach ja. Socke. Socke. Ein Loch. Okay. Ah, okay. Okay, am Ende... Der Rutsche von dem König gibt es auch noch einen anscheinend. Okay, mal komme ich die finde. Da rein. Die haben wir da, glaube ich, ein... Vielleicht. Ich bin gar nicht im Sicher, ob das gut oder schlecht weiß ich gemacht habe. Ich glaube, es war okay. Okay. Glaube ich. Obwohl ich mir sehr unsicher bin gerade. Das können auch total dumm gewesen sein von mir. Ah, nee, ich muss so umlang. Ich glaube, das werden einige Parts so gefühlt gerade. Wenn man sieht, wie lange ich brauche dafür gerade. Naja, das ist halt so. Dann ist das halt so. Keine Jändern. Immer kriegt Geld. Das wird später die Sache mit Mr. Krabs vereinfachen. Da. Ja. Ich glaube, das ist das einzige Level mit so viel, wie ich denke. Ich gucke mal, ob sie hier ist. Wenn nicht, dann muss ich runtergehen und da gucken. Aber ich glaube, sie könnte hier sein. Letzte, die ich brauche. Ist letzte, oder? Ja. Ich glaube, sie könnte hier sein sogar. Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich weiß, die Rutsche bin ich gerutscht. Auch nur einmal, glaube ich. Ich habe nicht gesucht. Mhm. Okay, wenn es nach rechts rutscht, dann muss ich einen Geheimgang nehmen. Nee, warte, was? Ja? Okay, wenn es nach rechts abbiegt, soll ich anscheinend geradeaus weiterfahren. Oh, da. Okay, nee, die bin ich nicht gerutscht. Das weiß ich noch. Die bin ich nicht gerutscht. Socke! Ja. Damit habe ich die Quallenfelder abgeschlossen. Ach, das war schön. Okay. Dann können wir gleich weitermachen. Und gehen da mal. Als nächstes kommt Bikini Bottom. Da fehlt mir nur eine. Ob das gut oder schlecht, weiß ich nicht. Weil nur eine heißt gleichzeitig. Ich muss extrem aufpassen, dass ich die richtige erwäsche. Ich check kurz was. So. Okay. Die habe ich schon. Das weiß ich. Die habe ich schon gemacht. Die war recht offensichtlich. Die habe ich auch schon gemacht. Deswegen. Okay. Mal gucken, was steht denn hier also? Da habe ich schon gemacht. Next to BattleBubbie is the set of floating platforms. Climed this. Okay. Habe ich auch, glaube ich, gemacht. Hier habe ich auch die Kugel, oder? Ja. Sehr gut. Die würde ich gerne benutzen, glaube ich. Damit ich bis zum Vorankommen. Ja, aber nee. Das weiß ich schon. Da war ich schon bei BattleBuddy. Nein, kein Schaden kriegen. Ich muss das Ding behalten. Ich muss klein bleiben. Ich bin schnell. Ich bin schneller bleibe. Einmal durch die Stadt. Ernsthaft? Ich muss das nochmal aktivieren. Wieso? Ich meine, es ist schwer, aber trotzdem. Wieso? Da muss ich gar nicht. Ich kann davon langlaufen, glaube ich. Da muss ich gar nicht. Lübe. Ach guck, ich bin hier oben direkt. Okay. Neben BubbleBuddy. Wo ist BubbleBuddy? Wo ist der Blasenkumpel? Wo war der Blasenkumpel nochmal? Wann irgendwie taugen oder so irgendwie? Ich glaube, er war hier irgendwo. Ach, die Plattformen, die habe ich gemacht. Darum war ich schon. Ja, der war ich schon, okay. Habe ich auch schon gemacht. Continue the Rooftops. For Lasso Points to your right is the bank and a tall building. Mhm. Dann versuche ich das mal. Plattformen suchen, wo ich nicht weiß, wo die sein könnten. Es ist ein Spaß. Ist das. Erzähl die da hingeben, wo die vier Lasso Punkte sind. Ich glaube, die sind direkt am Anfang sogar gewesen. Gefühlt. Ah, nee, doch nicht. Ja, doch, die waren direkt am Anfang, aber am Anfang der Map, nicht da, wo ich starte. Die waren hier irgendwo. Da sind sie genau. Bei der Bank. Ah, doch, hier, genau hier. Okay, genau hier. Okay. Okay, jetzt mal überspringen kurz. Ah, ich glaube, ich weiß, welches Gebäude die meinten. Ich glaube, die meinten, das Gebäude, da war ich schon. Ja, das große Gebäude, genau, da war ich schon. Dann Rooftops. Also hier oben rein, bitte. Na, ich will da oben rein. Oh, warte, ich kann einfach hier reinspringen. Okay. So geht's auch. Ja, zu den Dächern will ich gerne, danke. Äh, turnaround and find the bus stop it back. Ach, nee, da war ich auch schon drauf. Das ist da oben. Das ist da, nee, da war ich schon. Das müsste das Ding hier sein. Der Propellerloben, ne? Ja, hier war ich schon. Ach, doof. Slide down the short pipe and land on the roof. Ach, tsch. Schon alles, was nicht viel sagen, aussagen, ey. Huch. Äh, hallo? Okay. Ich wollte sagen, steck jetzt fest oder was? Oh Gott, ne Suche. Machen wir Spaß, ey. Okay. Ich glaube, ich weiß, welche Socken mir fehlen. Aber ich will trotzdem mal gucken. Da ist ein Karton, ich wollte sagen. Gibt's hier auch ein Karton irgendwo, den ich nehmen kann? Und sehe da, ein Karton, den ich nehmen kann. Was ist ein Zufall? Ich glaube, ich muss auf den Leuchtturm oder drauf. So, hier ist irgendwo eine Pipe anscheinend. Oder so ist eine Art wie eine Pipe. Oh wow, das war nicht ideal für mich. Spannend, dass wir dafür gesorgt haben, wenn man wieder zurückkommt. Sehr spannend. Aber sehr gut überlegt. Sag ich und... Oh wow, das war knapp. Oh, wow. Guck mal, tut weh. Ach, da. Ja, da war ich schon. Mhm. Ja, doch, das war dies hier. Er meinte, ich soll hier runterfahren, genau. Und dann... Auf dem Hausland da oben, auf dem da. Aber... Ja gut, da war ich schon. Gut, dann habe ich eine Idee, wo ich hier muss. Gut, dann muss ich jetzt gleich zurücklaufen. Ja, die Jagdfolgen werden vielleicht länger etwas. Und es werden ein paar viele. Das kann ich auch nicht ändern. So ist das halt. Jagd dort immer ein bisschen länger. Ich muss halt überprüfen, wo ich schon war und alles. Und kann hier einfach nur dem Weg folgen. Das ist halt ein bisschen eh. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich hier muss. Wohl, warte. Okay. Ich habe das verstanden. Ich dachte, ich muss zu dem Homen Spanji tun. Aber ich meine, das liegt das... Die meinen das Haus. Und da war ich ja schon. Das heißt, hier muss was sein. Das hätte ich gefunden. Das hätte ich gefunden. Das hätte ich gefunden dann. Nochmal gucken. Fehlen wir aber noch was hier? Ich glaube, es fehlt eigentlich, oder? Ja, eine fehlt mir. Genau. Ah, okay. Das macht schon mehr Sinn. Weil das hatte ich damals nicht. Ich soll vielleicht Sachen gucken, die ich damals nicht hatte. Das wäre tatsächlich eine Idee. So was wie bestimmte Fähigkeiten ich brauche. Nein, ich will nicht. Ernsthaft? Ich habe die Quest schon beendet gehabt. Aber was soll das denn für... Was soll der uns jetzt hier? Mano. Ey, wenn ich zwei pro Video schaffe, dann wird das ein lange, lange, lange Part hier. Aber um fährt zu sein, um fährt zu sein, ähm... Das erste war ziemlich schwer. Denn es gibt viele Abzweigungen dort. Und soweit ich weiß, gibt es bei den meisten anderen Leveln nicht so viele Abzweigungen. Es gibt euch höchstens zwei oder so. Gut. Cool Laguna hat noch drei, aber die sind nicht so wichtig. Da habe ich eine Menge Sproof gefunden. Okay. Ich brauche es mal... Erstmal brauche ich Sponsport. Und ich soll in den... Eastway gehen. East. Und soll hier was schießen. Weil da anscheinend Knopf sein soll. Oder so. Oh, da oben. Ah, ich habe verfehlt. Ich weiß, wie der meint. Ich muss da oben drauf kommen. Ich muss ihn nur treffen. Ach, sehr gut. Das ist ein Funwender? Mir fehlt noch ein ganzer Funwender hier? Wow. Doch, habe ich gar nicht geachtet. Mir fehlt noch ein ganzer Funwender. Jetzt muss ich West gehen. Und dann sind dort diese Yeeha-Sachen. Oder auch nicht. Oh, da hast du ein Ding. Aber brauche ich Sandy dafür? Oh, da... Ah, das ist beides. Haben wir einen Funwender? Bitte, bitte. Sandy, Sandy, hör auf. Hör auf, hör auf. Ich brauche die noch. Nein. Okay. Und jetzt muss ich hier rein, oder wie? Ah, das ist ein Funwender. Da ist die Socke. Sehr gut. Das habe ich alle... Jetzt habe ich das alles hier. Sehr gut. Gut, dann können wir jetzt... Ich bin in den Part hier. Und im nächsten Part machen wir dann... Ich merke, es wird zu lang, deswegen. Im nächsten Part machen wir den nächsten Level weiter. Und bald sind wir dann fertig. Dann geht es richtig los hier. Ich meine, wir haben schon drei geschafft. Dann bis zum nächsten Mal in der Ligulagune. Tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020